Kein Bock auf Arbeit, alles scheißegal, nur Bock auf Party, Party jeden Tag, kein Bock auf Arbeit, alles scheißegal. Ich habe es noch nicht gehört, deswegen gönnen wir uns das Ding jetzt mal auf Lunge, Tempelhof Samurai von Scylla, und ich weiß, dass es sogar ein Album gekündigt hat, Scylla Instinct, Volume 2, also 2 halt, Major Moves. Unterwegs im Trainingsweater, durch das Regenwetter, mein Schwert ist geschliffen durch die Sägeblätter, was sind 99 Probleme, geklärt die Walter P, 99 Probleme, Untersuchungshaft, Jugendknast, Bohlen im Minutentag, Tier vermischt sich bloß, ich mag mit Hustensaft, Sie stellt mir an der Werbung von Daicho, An Fadenbeigeschmack, und ja, das mit dem Sägeblätter habe ich begriffen, er hat ja auch Agro damit gezeigt, also, buchstabiert. Und undankt ist der Weltenlohn, doch ich hab ein breites Kreuz für meine Religion, ich muss es wieder in meinen Blog schreiben, und darin über meinen Blog schreiben, bis sie darüber einen Blog schreiben, denn sie verkaufen ihre Seele zu Sportpreisen, sie lassen sich den Rund... Oh, schöner Hund... Ich spür mal... Was macht das, äh, die Eclipse, im Hintergrund, ne? Und das hab ich schon mitgekriegt, zu meinem Freund, also... Meine Ohren sind geschärft... Sie lassen sich den Rund zu Kopf steigen, jeder will ein Spotlight, wie diese Pitch nach der Hochzeit... Ich sag mal so, man kann schon Werbung für Daicho machen... Anscheinend... Ähm... Ja, ist ja da ein Sink 2, einfach mal vorbestellen... Menü... Was da... Ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwie finanziell da irgendwas ist... Also... Doch meine Aura siehst Gott gleich, egal ob der Head or Alive, ich bin Top 5, ich ging durch meine schwärzeste... Also wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, ob die einfach nur aus dem Freundschaftsdienst ist, oder finanziell das Video unterstützt haben, oder... Keine Ahnung, die Klamotten gestellt haben... Weiß ich jetzt nicht... Aber ich find's ein bisschen... Ist ja offensichtlich, dass da offiziell... Also... Auch offensichtlich da Werbung für die... Für den Energy Drink Daicho gemacht wird... Und das find ich... Wir haben jetzt eine Minute rum... In wie vielen Szenen hab ich jetzt so ein komisches Daicho-Logo gesehen... Fuck... Wann ich mal kurz gucken... Ja... Mein Audio-Programm läuft noch... Gut... Ich hatte schon leicht Angst, dass er es abgebrochen hat... Ich ging durch meine schwärzeste Zeit... Zyperlin, maskulin, Pämpel und Samurai... All die harten Jahre lehrt mich Heinz... Zyperlin, maskulin, Pämpel und Samurai... Trainier nicht nur mein Körper, um der Stärkste zu sein... Zyperlin, maskulin, Pämpel und Samurai... Deshalb... Deshalb ziehe ich das Schwert aus dem Stein... Zyperlin, maskulin, Pämpel und Samurai... Bestimmt... Besonders diese... Diese Referenzen... Die ganzen Referenzen, die in den Song vorkommen... Mega geil... Mit den Südpolinen, maskulin... Die Kollabe einmal mit Flair... Ich glaube, es gibt sogar zwei davon... Glaub ich... Zumindest... Und dann noch halt diese... Seine Hei... Also sein... Sein Bezirkhof... Gewachsener Tempelhof... Ne? Schlecht... In mein Atemzug... Meine Reime bestehen... Aus Seiten meines Lebens... Das hier ist mein Tagebuch... Seit die Ideen stand... Es ist ein Leben lang mein Hab und Gut... Der Weg ist nur ein schwerer Gang... Doch dafür bin ich stark genug... Extrem riskant... Es fehlt Konstanz... Doch noch fließt er mein Adam Blut... Ich halte den Problem stand... Doch ich nehme an... Ich spitze ich gerade zu... Na gut, das finde ich jetzt ein bisschen... Hartschroff... Zu dritt auf Ehen zu gehen... Nur weil er sich komisch leidet... Hm... Find ich jetzt nicht so geil... An der Stelle... Ich nehme an... Ich spitze ich gerade zu... Ich fühle mich stets gefangen... Wie in der Käfig lang im Strafvollzug... Verdammt... Ich wage Leben vor Angst... Heht mich an... Doch ich bin kein Hakenproof... Überlebenskampf... Ich nehme einmal mit Wagemut... Ja... Ich flehe dich an... Um jede Chance... Ich schlage zu... Ich hebe die Hand... Und bete daran... Bis du meinen Namen rufst... Ich hoffe du hast... Mein Telegramm noch spät empfangen... Ich bin sehnverwandt mit jedermann... Jeder... Denn alles wird eines Tages gut... Ich kriege... Echt ein stabiler Track... Nicht schlecht, Alter... Nicht schlecht... Muss ich einfach sagen... Muss ich... Muss ich nightlos angestehen... Echt ein stabiler Track an der Stelle... So ein paar Samples... Und so was Scratches... Das ist der Stärkere... Den Schwächeren... Knarren die sie tragen... Sind scharf wie ihre Messerkling... Meine Sinne sind geschärft... Wie die Klinge... Ein Schwert... Sag mir wer die Rettung bringt... Ich denk kurz nach und setz mich hin... Ich hab den sechsten Sinn... Aufwärtsstablieres Video... Auch wenn ich das mit dem... Entführen... Verbuddeln... Ehhh... Reden wir nicht drüber... Reden wir nicht drüber... Reden wir nicht drüber... Ist das total lame as fuck... Find aber naja... Gut was soll's... Aber die Übergabe mit dem... Samurai Schwert... Wolle nicht schlecht... Mhm... Okay... Ja gut... Das finde ich jetzt ein bisschen frech... Wir haben jetzt ungefähr... Das ist jetzt mal gekonnt... Ähh... Ist das Blitzende? Wir haben jetzt 16 Minuten Black Scream... Ist jetzt nicht schlimm... Ist jetzt wirklich nicht schlimm... Aber... Näh... 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 Ist so geil... Ja schön... Trotzdem stabiler Track... Musikvideo... Stabil... Schön mit... Street... Atmosphäre... Und die Übergabe von dem Schwert... Find ich auch relativ nice... Bloß das mit dem... Das ist der Typ... Das ist quasi sehr simpel für Deutschrap ist... Den jetzt beerdigt... Ja gut... Jeden das sei ne... Jeden das sei ne... Finde ich ein bisschen suspekt... Aber naja... Was soll's... Aber... Man muss sagen... Stabil ist Ding... An der Stelle... Es wird... Äh... Das Ding kommt ja aus September raus... Wir haben ja jetzt erst Juni... Ja... Deswegen... Wird wahrscheinlich doch... E-Zwe-Singer-Auskoppeln kommen... Lass uns überraschen... Was auf uns zukommt... In dem Sinne... Wünsche euch noch schnell... Natürlich werde ich euch alles verlinken... Kleinträglichen... Fäcker... Kanal... Wie auch den Song... Ich werde auch die... Die Box bei Amazon... Unten in jeden Fall Box reinpacken... Falls ihr rüber... Das Ding bestellt... Würde ich mich damit unterstützen... Falls nicht... Also falls ihr mich nicht... Unterstützen wollt... Und das direkt nur dein Künstler... Geht einfach... Auf Amazon bestellen... Vielleicht das Ding so vor... Ihr Ficker... In dem Sinne... Ich wünsche euch noch einen schönen Tag... Haut rein Leute... Macht wenn es sinnvoll ist... Und bis zum nächsten Video...